Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Dead Space mit mir, Meri von ShigoumHalp. Und wir wollten durch diese Tür gehen. Einiges ist hier draußen passiert. In der Art Aliens. Alter Finde. Ja, Wichser. Zehn. Alter. Alter, ist das ekelhaft einfach nur. Einfach... Wenn Sie auf die Körper schießen, ziehen Sie auf die Gliedmaßen, zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Ja, das habe ich... Zerstückeln Sie die Gegend, um sie zu verlangsamen. Alles Klärchen. Runter von den Schienen, Spannung. Und wo muss ich hin? Alter Finde. Was ist das? Was habe ich gerade aufgenommen? Stase verlangsam, schnelle Objekte und Feinde. C-Modus. Schießen. Oder C. Stase Packs. Stase verlangsam, schnelle Objekte und Feinde. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stase-Modul, das du gerade aufgehoben hast. Ach, was für ein schönes Tutorial. Mit C. Alles Klärchen. Damit kann ich alles verlangsamen. Finde ich gut. In der Art sein. Zeitlupe, Auge, Dingens Kirchen. Das lassen wir noch liegen. Ein Speicherspielstand. Ja. Ein Speicherort. Zum Speichern. Annehmen. Ja. So. Okay, da geht's nicht weiter. Das seh ich von dir. Oh, da geht's weiter. Nein. Ich seh doch so nix. Ach, nö, oder? Ne, ich brauch mein Licht, damit ich schießen kann. Ich brauch mein Licht. Alter. Willst du mich verarschen? Was hab ich gemacht? Okay. Okay. Nein. Oh Gott. Du Wichser. Du Wichser. Oh Gott, Geld. Ich krieg Geld von diesen Mistviechern. Noch mehr Geld. Was ist das? Oh Gott. Alter. Alter. Das Spiel macht mich fertig. Jetzt schon. Oh Gott. Das ist das Problem wahrscheinlich an der Sache. Verlangsam. Natürlich habe ich die Aufgabe erfüllt. Ich bin auch der Beste. Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Jetzt habe ich Angst. Was ist das? Du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller siehst du besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Alter, diese... Oh mein Gott. Ich habe doch... Ich habe doch irgendwas schon erwartet. Irgendwas. Alter, sei doch nicht so laut hier, verdammte Hacke. Nachladen, nachladen, nachladen. Waggon-Ersetzung abgeschlossen. Alter, Finne. Nochmal schnell Stase hier aufladen. Das gibt es doch gar nicht. Juhu. Aufgeladen. Sehr schön. Alter, diese Mistviecher. Diese Mistviecher. Mein Herz klopft die ganze Zeit. So nachisch einfach nur. Boah. Ich höre doch was. Da oben. Ich kann es nicht abschießen. Alter, Finne. Schnell speichern. Lieber gleich schnell wieder speichern. Dieses Spiel. Dieses Spiel. Das habe ich auf jeden Fall geschafft. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ja, Stars Effect brauchen wir noch nicht. Muss ich jetzt wieder zurück? Ah ne, das war die falsche Taste. B. Ja, ich muss wieder zurück. Alles klärchen. Ich erwarte doch irgendetwas noch. Auf jeden Fall. Ach. Das natürlich. Stoop. Stoop. Geschafft. Und jetzt? Schnell nochmal Stase aufladen. Und weg. Nein. Nein. Oh Gott. Ist ja nicht so schnell. Alles klärchen. Kein Thema. Ich bin gut. Ich bin Isaac Clark. Und ich bin da. Bist du tot? Ja, du bist tot. Kriege ich kein Stuff von dir? Ist aber frech hier. Sehr frech so. Oh, was ist das? Warum blinkt das? Credits. Alles klärchen. Alter, Finne. Warum? Das wäre jetzt geil mit Basecam, oder? Glaube ich schon. Aber nix da. So, schnell nachladen. Öffnen. Ich erwarte doch schon wieder etwas. Hundertprozentig. Isaac, ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Okay. Eine Platine. Öffnen? Ja, ja, öffnen. Öffne dich. Ach, soll ich jetzt hier hin? Ach, schon wieder die falsche Taste. Tab. B. Ach, da muss ich hin. Alles klären. Gott sei Dank, ich wollte noch nicht weitergehen. Ein Speicherspielstand. Ja. Sehr schön. Oh, ja. Das tut gut. Das ist der einzige Fluch... Zufluchtsort für mich. Da fällten wir nicht. Die Spannung. Diese Anspannung. Mein armes Herz. So, was... Was erwartet uns hier, ha? Oh. Ein Fahrstuhl. Fahrstühle sind immer gut. Ist immer auch so ein Zufluchtsort. Bestimmt. Bestimmt. Ein Zeck. Kendra hier. Offenbar ist die Tür zum Lager und verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Okay. Ein Schlüssel. Aufgabe inaktiv. Aufgabe hinzu. Nein. Alter, ich bin so schlecht. Ich brauche fünf Schüsse für das Mist, wie ich. Ich brauche sechs Schüsse für das Mist, wie ich. Verarsche. Schiebung. Ich habe doch... Nee, oder? Du bist tot, oder? Ja. Wo muss ich hin? Ich muss da hin. Dann gehen wir erst da hin. In genau andere Richtung. Da kommt doch bestimmt etwas raus, oder? Da kommt bestimmt etwas. Oh, nee. Was ist das? Warum ist das... Ein Schlüssel benötigt. Ich brauche einen Schlüssel. Was machst du denn hier? Oh, ein explosiver Kanister. Äh. Ich kann mich erinnern aus einem Video. Da konnte man diese Kanister irgendwie aufheben. und dann gegen den Gegner schleudern. Da kommt doch ein Mistviech, ja. Oh, ich habe ihn getroffen. Nice. Oh Gott. Oh mein Gott. Alter, Finde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich möchte hier schnell wieder weg. Ich möchte hier so schnell wieder weg. Ich habe hier schon Schweißausbrüche her. Alter, diese Wichser. Da, da ist noch einer. Da schießt das Bein weg. Ich bin so ein schlechter Schütze. Das gibt es gar nicht. So schlecht. Die lassen nichts droppen. Ich kann mich nur beschweren über dieses Spiel. Kackspiel. Ist voll unfair. Wie komme ich denn jetzt da hin? Warte mal. Da gab es doch irgendwie so etwas, oder? Finden Sie den Schlüssel zum Wartungssektor? Ach, es gibt nur ein Ding. Okay. Ich glaube, diesen Schlüssel finden für diesen Lagerraum ist optional. Ich muss da rein. Alles, Kärchen. Also gehen wir da hin. Alter, mein Hals ist so trocken gerade. Es ist so schlimm. Kackspiel. Ein kleines Medipack. Lol, wir wurden angehittet. Wie kann ich Medipacks... Stup. Alles, Kärchen. Da kam eins von rechts. Was nicht alles Mechaniker tut. Wir sind ja immer noch Mechaniker. Nein. Es gibt noch Lebende. Aber wir müssen sie retten. Ich hoffe, wir können sie retten. Ich hoffe, das geht. Wenn nicht, wäre das echt scheiße. Da fühle ich mich so schlecht. Da... Ich höre doch etwas. Bist du tot? Natürlich nicht. Jetzt bist du tot. Scheiß Wichser. Stuff. Diese Boxen. Die gefallen mir. Die kann man zertreten. Das mag ich. Aber ich überprüfe. immer die Leichen. Und ich glaube, das ist gut auch. Dass ich immer diese Leichen überprüfe. So. Nachladen. Damit ich wieder 10 Schuss habe. Dann ist auch mein Gemüt ein wenig entlastet. Ich... 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 Das war doch so klar. Das war so klar. Ich glaube, diese Viecher halten mehr aus. Die halten 2 Schüsse aus. Die haben ja noch Hosen an. Das schützt die natürlich. Ein Textlog. Lol. Was zum Lesen. USG Ishimura. Abteilung für Raumfahrtechnik. Rechnung für Shuffle... Nein, Shuttle-Reparaturen. Shuffle. Hahaha. Zweiter Arbeitsauftrag. Defekter vollerer Gyranton-Antrieb von Schiff USG ISH S03 wurde ersetzt und ist jetzt funktionsbereit. Dritter Arbeitsauftrag. Reparaturen an fehlerhaften 4D-Scop von Schiff USG ISH S01 noch nicht abgeschlossen. Vierter Arbeitsauftrag. Beschädigte Landerepulsoren von Schiff USG wurden vollständig ersetzt und sind jetzt funktionsbereit. Beschädigte Ansichtsfenster vorne und vorne links von Schiff USG S04 wurden ersetzt und sind jetzt funktionsbereit. Fünfter Arbeitsauftrag. Beschädigter Boosterring von Schiff USG S05 wurde repariert und ist jetzt funktionsbereit. Zuständige Techniker Reich GF Second Engineer Wartungssektor Was zum Lesen? Ist ja geil. Und was ist das? Klasse Was gibst du mir? Geben die mir eigentlich noch Stuff? Ich glaube nicht, oder? Iiii Ich hör doch noch was. Wo muss ich jetzt hin? Wieder zurück. Ah ja. Ich musste nur diesen Stuff holen. Ja? Muss jetzt Och geh. Nochmal ein Schuss nur um sicher zu gehen. Nur um sicher zu gehen. Ich bin ja kein Angsthase oder so. Solche Mistviecher. Ich hasse diese Viecher. Die sind so schlimm. So. Geh mal zurück. Geh mal bitte zurück. Lol. Es ist schon Zeit. Für den nächsten Cut, oder? Ist nicht das richtig? Auf jeden Fall. Oh Gott. Ich wollte doch hier ne Pause machen, du Wichser. Ich brauch hier ne Pause. Oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Tschau, tschau, tschau.